Hallo, da ist Nadine Jäger von Kichiba und ich möchte euch heute meine Produkte vorstellen. Ich fertig ein Hundegeschirre nach Maß, Halsbänder personalisiert, also das heißt bestickt oder gelasert, dann Impfpasshüllen. Ich habe eine große Bandbreite an Farben und auch an Webbändern, Borten, das heißt der Kunde kann sich das selber zusammenstellen, wie das Halsband oder das Geschirr zum Aussehen hat. Ich arbeite auch mit Lederimitat, zum Teil auch mit Echtleder. Der große Vorteil von den Hundealltagsgeschirren ist, dass die Hunde abgemessen werden, das kann jetzt hier vor Ort in meinem Shop stattfinden oder auch zu Hause. Dazu findet man in meinem Online-Shop die Maßanleitung. Das Geschirr kann auch farblich zusammengestellt werden, wie man es gern hätte und auf Wunsch kann es auch noch mit dem Namen oder auch mit der Telefonnummer versehen werden. Jetzt neu im Sortiment haben wir die Kichiba. Das heißt, das ist eine Futterbar, die kann auch mit dem Namen versehen werden und gibt es jetzt eben auch beleuchtet. Abschließend möchte ich noch sagen, dass ich ganz viele Ideen habe für Kichiba. Wie und was genau, lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.